Nun denn, auf zum Hebel! Erstmal wieder Kräfte tanken, falls ich irgendwas verloren hab. Weiß ich gar nicht. So, siehste. Wo war jetzt? Wo, wo, wo kann man hochklettern? Wo, wie, was, wer, wie? Wieso und weshalb und warum? Warum bin ich klar so hilflos? Wie geht das jetzt weiter? Ich denke nicht. Andererseits ist das auch ein bisschen zu hoch. Hilfe! Oder kann man sich da festhalten? Aha! Okay! Du könntest mal ruhig etwas weniger abrutschen. Musst du weniger abrutschen? Hey, cool! Wie hilfreich die Kamera doch manchmal. Weil etwas häufiger ist. Irgendwie fass ich jetzt ein Hebel an. Wieso? Auch rechtsklick. Hm, da ist es falsch. Hier mach ich den Strudel. Guck mal, jetzt muss es da rüber. Probier's mal. Hat es mir was gebracht? Ich weiß nicht. Bin doch nicht ganz, ganz, ganz überzeugt. Nehmen wir die Hebel. Sieht zuverlässig aus. Ja, jetzt hast du recht. Und drunter geschwungen, bevor mir meine Kräfte wieder versagen. Also, rein optisch gesehen sah das daneben aus. Nein! Scheiße. Warte, mich jetzt hier vielleicht hoch. Das ist dann nicht. Und schau. Was ist denn da? So? So, gut, das ist ja hier loslassen. Schau. Das war fail. Das war totally fail. Hey, hätte ich es doch festhalten können. Oder einfach nicht. Dann halt so. Mega. Packe ich schon. Das sieht schon wie nachgegene aus. Okay. Ich werde mir wieder ein bisschen Kräfte benutzen. Was hat denn die denn? Was hat denn die denn? Fick! Fick dich hier mit. Fick dich hier mit. Und fick dich gleich doppelt. Ich hab keine Lust auf dich. Tschüss. Tschüss. So. Peinlich, peinlich. Hat mir zu viel Leben gekostet. Äh. Tor. Da wird es wahrscheinlich wieder durchgehen. Da, da, da. Ich bin jetzt optimistisch und, äh, okay. Bin zu optimistisch. Kollege, dreh dich mal um hier. Ich nehme mal ein ähnliches Spielchen wie eben. Hrrr. War ja voll sinnvoll. Geh runter. Ja, mach's auf die elegante Art. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt? SPRING! 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 Fall nicht runter. Wenn Spike ist hier, wäre mir das nicht ganz so angenehm. Okay, ähm... Rotes Glitzerndinger ist irgendwo... Ach Quatsch, Rot sei schon grün. Irgendwo ist hier wieder so ein... So ein Secret Hänger. Was ist da? Oh! Das war... ...ein Ticken zu... Spät, würde ich sagen. Komm. Pass doch. BAM! Und wieder ein Upgrade. Upgrade, Upgrade, Upgrade! Mach ich meine AG voll? Mach ich meine AG voll? Ne. Eissturm Stufe 3. Hahahaha. Änderungen anbinden. Das ist das gleiche Spielchen wieder zurück. Und möglichst spät, damit ich genügend Zeit habe. Äh... Teil. Das sah schon fast wieder zu gefährlich aus. Das sah schon fast wieder zu gefährlich aus. Äh... Ist das jetzt so Wasser? Daraufwandeln? Oh, ist geil. Nenne mich Jesus. Nichts. 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 Den drauf bekomme ich Monster. Heyy! So. Ja! Okay. Ich hab meine Knochis und Saniis und Sache Knochis. Kramterz? Pfff, Papa. Und du bist mit deinen Donner, du bist als erstes weg. Geh sterben, verrecke elendlich. BAM! Das ist ja noch so ne Sackglatte. Du bist hier so beliebt wie Fus. Also küsst ihn wohl. Lass mich raus, lass mich raus, ja. Da bin ich nicht so lustig. Ist doch so ein Typ hier. Tja, das war's mit den Typis. So, die letzte Waffen schwul. Naja, das Ding geht mit dir. Kapusch! Danke, dass ihr mir den Weg freigemacht habt. Weil ich so geil auf Vasen bin, muss ich erstmal ein paar Vasen irgendwie zerschmettern. Schmettern! Was ist das hier? Was ist das hier? Geh da hin und geh da hin. Gehe los und ziehe keine 5.000 Euro, ähm, in dem Fall sind 2 Euro. Ehhhhhhhhh... Ich glaube, ich brauche uns den anderen. Jupp! Oh da... Tch, 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 Tch... De Badr... De Badr, De Badr, De Badr... Wo ist denn? Wenn sich meine Kamera schon so darauf fixiert, muss es da weitergehen. Und hier ist eh eine Wand. Auch wenn die Kamera manchmal im Fluch ist, meistens ist sie hilfreich. Wollen wir doch mal. Timing ist alles. Mein Sprung verlängert, ne? Oh, wer ist da? Malik! Ich bin wohl nicht der einzige, der Stärke geworden ist. Noch nie habe ich solche Zauberei gesehen. Das Siegel beeinflusst dein Denken. Du musst es beenden. Wieso fragtest du nach meiner Hälfte des Medaillons? Willst du die Armee verbannen? Oder wolltest du ihre Macht vielmehr selbst kontrollieren? Beendest du es nicht, tue ich es. Gib mir das Medaillon. Nein! Nein! Das war keine Bitte! Wärst du ein anderer, wäre das Hochverrat gewesen! Geh fort von hier! Geh für immer! Warte! Das hätte besser laufen können! Definitiv! Wo ist er wieder weg? Und ich darf ihn mal wieder hinterher. Er beschuldigt mich des Verrats! Und den Spring schauen. Was soll ich nur tun? Er will mir nie... Mh hm 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 hm. Zweit an der Seite. Was sollst du denn tun? Er wird mir nie verzeihen. Wollen die das mir lang gehen? Vielleicht. Dann müssen wir das eben an 3 senden. So einfach ist das. Och Kollege, das war die falsche Richtung. Nein! Versuch's nochmal. Ja! Richtig! Das hast du jetzt aber fein gemacht. Aber wann löst der jetzt aus? Okay. Bin ich etwa verrückt? Nein. Ich bin nicht derjenige, der die Armee für sich haben will. Ich bin nicht derjenige. Ist richtig. Das hoffe ich zumeist. Wenn nicht, muss ich mir klare Gedanken machen. Wenn du, bleibst du so... Bleibst du so? Bleibst du so? Bleibst du so? Achso, da ist da noch eng. Und wupp, 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 wupp. Ich muss einen Weg finden, uns beide zu retten. Dann mal los. Und hier ist ein Checkpoint. Das ist eine gute Stellung, um aufzuhören. Wir sehen uns. Tschö!